ja willkommen mein name ist an ihrer dpa und ich besuche euch zurück zuletzt play tells of price deshalb ich wollte schon wieder die kreis edition sagen was zum beispiel so sind wir ja in der letzten folge haben wir emerald 2.0 erledigt in der fünften etage glaube ich ja noch zwei etagen vor uns die schaffen war auch noch die schnappen uns da bis jetzt hat man noch mit gar keinem post irgendwie probleme heute bevor ich da reingehe genau das ist das wollte ich eigentlich der letzte frau gemacht haben wir haben mich nicht mehr dazu hier sind die ganzen gegner im sohn käfig die normalen gegner und ja ich glaube das ist noch mal vor allem dieser einen viecher hier diese die beim letzten dann schon da gefunden haben wir sind gar nicht aufgelistet diese wahl batman ich hab ja letztes mal was schönes bekommen und zwar eine ähnliche roma trifft die ultimative aufbesserung schon mal da ist ein lieben es wäre ich mal gucken was ich damit machen kann der sind die regator jetzt nicht unbedingt den effekt dabei haben ok da ist noch neues wird verschoben erst mal gehen wir zur sechsten etage langsam wird das hier schon ein bisschen knapper mit den sachen nicht anbieten kann der illusionist lupa wuppa soll ich dann anbieten am besten nehmen wir hier die titan knöchel ist nicht so wertvoll zum ersten mal ist es wäre ich gesagt gefunden habe will ich dann auch hier benutzen das sogar was für espel hier eine waffe gar nicht mal schlecht auch nicht nur noch mehr von denen vielleicht ist auch nicht eingraviert sondern eine 1 für hauptcharakter nummer 1 bis schon weil auch mehr verpflichtungen die kann ich kaum schwächigkeit hat man auch schwer wir sind aber nur noch 20 kann ich jetzt gerade ich habe es werden weil ich mich gerade richtig hinsetzen möchte so gegen die arzt und will ich ja ja ich weiß ganz genau hier habe ich auch mal trainiert warum eigentlich nie super schwer ich habe ja dieses buch genommen das dafür sorgt dass man durch kritische treffer im enden schaden bekommt weil dafür doppelte erfahrungspunkte da war nicht gut weil kritische treffer von gegnern haben dann irgendwas so im sechsstelligen bach abgezogen hat man auf jeden fall ja genau den kenne ich auch noch der übelst stark also gehen wir mal weg verlieren dann habe ich auch so eine vermutung in wem als kämpfen müssen in dieser etage allerdings mal wieder die normalen klamotten angezogen erst mal diese blauen wie ich ja die szenen verdammt viel ab das weiß ich noch ganz genau latin tun k bands auch nicht finden wir hier so ein gelbes dingen und mensch wirklichkeit wieder unterstellen können wie zum beispiel hinten jetzt möchte ich noch mehr von solchen sphären haben was ich ob die waffe dann sehr viel stärker ist als ich habe wirklich stärker ist als eine andere waffe die ich gerade habe es aber man kann es ja mal nachschauen ich kann jetzt jederzeit den dingens aufrufen im shop zwei gerichte ja ich möchte dieses eine buch haben was schneller laufen können wird warum finde ich mir etwas auf den ersten versuch hier wir können ja jetzt jederzeit den mixer aufwerten aufleveln ja zweimal der falsch gesagt aufladen so aber ich bin hier in deutschland geboren ja das land wo wir jetzt hergekommen sind wo wir hingegangen sind und so aber egal hatte ich auch noch verdammt glück mit der sphäre ich möchte gerne noch mehr finden weil ich jetzt nicht kommen dann konnte wer glaubst du am kreis oder nur ich wollte eigentlich nicht mehr laufen ja diese sterne kennt ja auch noch nicht mich an greifen die blauen fücher ziehen verdammt viel ab das weiß ich mal 2700 jahr so wenig was hält unglaublich viel aus bei denen habe ich auch immer kreiert glaube ich habe ich doch alles schon mal erwähnt oder bewegen sich auch extra nicht wenn ich bei dem projekt ob der bloß nicht so nah hallo flügels die karos was so ihr möchte im kreis wieder nach unten ich bin so schnell von mir kam ich doch ursprünglich neil geil den die 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 etage wenn es geht oder das auch gut Das habe ich gar nicht gesehen. Voll Camouflage hatte der Typ. Der Vogel, meine ich. Vogel ehemals bekannt als Typ. Da haben wir schon mal eine nächste Etage. Wenn ich noch so eine Sphäre haben... Ich glaube, ich habe sogar mal eine Sphäre, allerdings nur für eine Rüstung oder so. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Egal. Star-Tonica, wait. Ich weiß, mit Dualisieren könnte man voll die übermenschlich starke Rüstung und so weiter herstellen. Aber ich habe keinen Bock auf den Mist. Da müsste ich ja dauernd im Menü arbeiten. Wo mir ein bisschen auf die Nerven gehen würde. Jetzt sage ich es gegen Menüarbeiten, aber das wird dann schon ein bisschen lange dauern. Ich meine, nach jedem Kampf ungefähr eher die Waffen wechseln, dann zum Shop gehen. Obwohl, ich habe ja jetzt einen mobilen Shop, aber trotzdem. Ich weiß doch, was ich meine. Ich glaube, hier haben wir auch alle Gegner jetzt mal gesehen. Hoffe ich. Ich fehle wahrscheinlich sowieso immer welche. Aber naja. Wart. Oh Mann. Ich höre jetzt schon wieder lang. Ja. Dass ich immer genau den falschen Weg erstmal langlaufe und dann voll in die Sackgasse laufe und dann den ganzen Weg zurücklaufen muss. Das ist nicht schön. Überhaupt nicht schön. Manche noch rennen überhaupt. Kann man so schnell laufen. Feine Strecke nimmt immer weiter. Immer weiter. Immer weiter. Ich glaube, hier geht noch locker bis zu über 200. Ich weiß auch gar nicht. Da. Ich wusste es. Hm. Truhe? Keine Truhe. Na, mach mal einfach. Aber ich glaube, wenn natürlich jetzt voll stark ist. Aber es gegen das Kämpfen überhaupt. Peep, 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 peep. Huh? Es klingt wie ein Peepit. Oh Mann. Ein 20er Pack Chicken McNuggets. Was ist hier passiert? Es gibt so viele von ihnen. Das beginnt mich aus. Peep. Peep, peep. Peep, peep, peep. Schau mal, Sheria. Hier sind sie gekommen. Oh Mann. Meine Güte. 120. Ja. Ein Verfluchtskühl mit tragischen Schicksal. Für Menschen durchaus leck. Hähnchen. Ja. Die können uns vielleicht ein bisschen Schaden anrichten. Aber wir auch. Oh. 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 Glück ist ja alles gegen Erz anfänglich. Okay. 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 Ich bin noch nicht mal alle. Da kommen noch mehr. Noch viel mehr. Ich meine, das läuft die ganze Zeit. Diese Musik. Oh. Oh. Vogelschutz. Warum seid ihr nicht gegen Feuer anfänglich? Doch da war kein Sinn. Warte. Ich werde euch zeigen, wie anfällig hier gegen Feuer seid. Ich werde eigentlich die ganze Zeit auf Abstand bleiben und hier alle auf einmal angreifen. mein Gott. Ich hatte mal sogar früher echt Probleme mit dem Boss. Aber ich glaube, da war ich noch nicht so hoch gelevelt, oder? Kann sein. Und natürlich auch schon ein, zwei Spielstände hier, wo ich schon noch vielleicht 200 bin. Von längs vergessene Tagen. Und ja, ich glaube nicht, dass ich mit 150 oder so eher reingegangen bin. Aber da habe ich auch immer darauf schwer gespielt, glaube ich. Ja, so böse und soweit alles. Da kann ich mir sowieso abschreiben. Oder Chaos. Hier ist ein Schwierigkeitsgerade. Oh man. Oh nein. So viel heilig. Wenn bei mir die Tempole ist, seid ihr alle dran. Aber bei meiner AP niedriger werden. Bis jetzt habe ich noch gar keine Probleme. Schwieriger Wetterkampf auch nicht mehr. Ja, das war natürlich wieder sehr gutes Timing. Aber schon wieder nicht. Die Mystikart aktiviert. Ich krieg die Krise. Ja, hier hätte ich jemand eigentlich auch helfen können. Mehr Offensive anstatt Defensive. Irgendwie schreckt ihr da keiner. Ich glaube, vieler Fangs muss man auch nicht, oder? Ich weiß auch gar nicht. Hier gibt es einer. 5000. Sehr super. Wir kommen von den 100. Einmal hat sie aus wie eine Tales of Attacke. Ja, die ist ja nochmal. Rising Falcon oder irgendwie sowas. Ja, genau das, wo sie so entflammt sind. Und hatte Pascal's angefangen hat mit 70.000 Schaden. Das ist doch unheimlich. Ja. Irgendwas anderes wird dir wahrscheinlich nicht was passiert, außer als ich die Appetit mache. Ah, ah. Ah, ah. Hilfe, Hilfe. Nein, mir. Ich frage keine Ahnung. So glaube ich, was kann. Meine Güte. 26.000. Drei Stück sind auf einmal. Fakt. Da sieht das witzig aus. Ding, 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 ding. Oh nein, die haben ihre Dings gleich wieder voll. Au, 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 au. Zack, abgelehnt. Und nochmal. Oh, da ist noch einer übrig. Jawohl. Und den machen wir ganz besonders fertig. Zack. Kannst du das machen, mit der Armee aufzutauchen? Und das Menü ist fertig. Ich meine, die Gegner sind erledigt. Wir haben Huhn und Ei bekommen, was? So, damit haben wir die 6. Etage auch. Wir haben sie rechtes. Peep. Wait,聞st du etwas. Oh mein Gott, ihre Gedanken sind durch die Erbwörse eines Lieders. Was die Hölle? Das Wackett cook war uns alle um, Peep! Chasing all my brothers and sisters! So, one day, we turned on him and made him go away forever, Peep! Yeah, I suppose as many birds could take down a grown man. We were trying to escape again when a big light swallowed us up, Peep-peep! We just... we just wanna grow up and become real chickens together! Oh, Asbel. Don't say it. The poor little things. I knew you were gonna say it. Yes, but I'm still going to take this grilled chicken they all left. The poor things. Great. I think even Sherry is being affected by the elephant now. Ja, Shiger steht ja auf. Hühnchen deswegen. Aber trotzdem. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Hm. Ja, immer nach oben mein Gott. Sind diese Viecher hier ne? Hier fehlt einer. In der zweiten Etage glaub ich. Da guck ich dann an. Nur noch die siebte Etage können wir erstmal machen. Ich glaub die zehnte wird noch gar nicht angezeigt, hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, das stimmt. Wieso zähle ich dann eigentlich? Das ist doch nummeriert, ey. So, ich würde dann mal sagen. Wieder etwas kürzere Folge. Perfekt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von der ZBTSF, wo wir die siebte Etage in Angriff nehmen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.